Wer vertritt dich eigentlich bei Entscheidungen in V.S.? Bei der Wahl am 9. Juni wählst du den Gemeinderat der Stadt V.S. für fünf Jahre. Er besteht insgesamt aus 40 Mitgliedern und so viele Stimmen hast du auch. Klingt viel, ist aber ganz einfach. Du bekommst zur Wahl unterschiedliche Listen von Parteien und Gruppierungen. Du kannst dort dann insgesamt 40 Stimmen vergeben. Du kannst dir auf unterschiedliche Listen vergeben und einem einzigen Kandidaten bis zu drei Stimmen geben. Aus dem Ergebnis setzt sich dann das Gremium zusammen. Dort sind dann unterschiedliche Parteien und Gruppierungen vertreten.